Ey Leute, heute ein paar Fakten über euren Körper. Innerhalb von nur 7 Jahren werden sämtliche Zellen im menschlichen Körper erneuert. Man ist nach 7 Jahren also ein komplett neuer Mensch. Unsere Haut erneuert sich sogar jeden Monat einmal komplett. 50% unserer DNS sind identisch mit den handelsüblichen Bananen. Ein weiblicher Orgasmus dauert im Durchschnitt viermal so lange wie der eines Mannes. Ein einzelnes Spermium hat eine Speicherkapazität von 750 MB an Erbinformationen. Ein herkömmlicher CD-Rohling kommt da nicht mit. Menschen in der Stadt produzieren deutlich mehr Ohrenschmalz als Landmenschen. Der einläufigende Grund? Die höhere Feinstaubbelastung. Wenn man 6 Jahre und 9 Monate an einem Stück furzen würde, hätte man die Energie einer Atombombe erzeugt. Jeden Tag verschlucken wir ca. 1 Liter Speichel- und Nasensekret. Allein in Deutschland ersticken jedes Jahr 100 Menschen an Kugelschreibern. Auf unserem Körper leben etwa 10 Millionen Bakterien, also pro Quadratzentimeter etwa 10.000 Stück. Unsere Finger, unsere Zehen werden beim Baden schrumpelig, damit wir nasse Gegenstände besser greifen können bzw. auf nasse Untergründe besseren Griff haben. Unsere Blutgefäße sind zusammengerechnet aus etwa 130.000 Kilometern. Wir könnten damit also dreimal um die komplette Erde umwickeln. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr diese Fakten gefunden habt. Tschüss!